Herzlich Willkommen zu meiner allerersten Folge Mörder in GTA 5, wie das Spiel funktioniert. Am Anfang werden wir alle hier rumlaufen mit dem gleichen Skin und verteilen, so dass niemand weiß, wer wer ist. Dann werden wir uns eine Reihe aufstehen und werden dieses Glücksrad hier drehen, Leute. Und derjenige in der Reihe mit der gleichen Nummer ist dann der Mörder. Die Aufgabe des Mörders ist, jeden hier einmal umzuschießen, Freunde. Und die Aufgabe, wenn ich ein Unschuldiger bin, ist es, hier den Mörder zu verprügeln, Leute, bis er down geht. Das Ganze spielen wir mit sechs YouTubern. Einmal iCrymex, Stadi, Russik, MBK, Ente und ich. Das Ganze wird sich hier im Krankenhaus abspielen, wo es viele Räume gibt, wo man sich verstecken kann, die man unbemerkt einfach killen kann. Also, wer wird der krasseste Mörder sein und die heutige Folge gewinnen in der Mediziner Edition? Lasst ein Like und ein Abo da, wir starten rein. Okay, Jungs, seid ihr ready? Einmal bitte alle hier verteilen. Nein, ich will nicht wissen, wer wer ist. Okay, ich merke, die Jungs haben Bock. Ich würde sagen, Jungs, wir stellen uns alle eine Reihe hier auf. Alle vorm Krankenhaus in der Reihe aufstellen. So, okay. Okay, ich glaube, Abi ist ganz faune. Ich bin die Nummer zwei. Ich bin die zwei. Ich würde sagen, ich werde jetzt einmal ganz kurz das Glücksrad drehen und gucken, wer der heutige Mörder ist. Die Nummer zwei. Passt. Es ist die Nummer fünf. Okay, Jungs, verteilt euch. Wie viele sind wir heute überhaupt? Wir sind heute sechs Personen. So, dann gehe ich mal hier ein bisschen rum. Okay, was glaubt ihr? Ich war leider letzter, Bro. Ich war erster. Hat der Mörder, beziehungsweise der Arztmörder eine Waffe? Ja, der hat eine Pistole und ein Messer. Bro, darf ich euch sagen, ich vermute als Mörder. Wen? Ente. Warum, wie war ich? Wer ist das hier vorne? Ente, ich höre das in deiner Stimme irgendwie. Max, ich habe gefragt, damit ich mir jetzt Waffen gebe, weißt du? Ja, ich muss sagen, die Frage war sehr sass. Staddi, sagt es immer. Dann macht es. Ja, dann komm doch mit mir. Ich habe mich noch nie hier so umgeschaut im Krankenhaus. Bro, dann komm doch mal ins MRT-Zimmer. Ja, ist das, Hercad. Das ist Max, ne? Komm doch, Bro. Wer läuft denn von Zimmer zu Zimmer? Wer ist das hier bei mir? Ich bin, dass ihr die Hände hochhebt. Bist du das bei mir, Staddi? Hast du was, der Mikael? Ende. Der faked, der faked. Es ist Ende, Jungs, es ist Ende. Trust, trust, trust. Es ist Ende, Jungs. Jungs, ich bin auf der Darmentoilete. Ich habe Schüsse gehört, ich habe Schüsse gehört. Was? Wo, 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 wo? Ist der hier? Wo? Hinten, hinten in den Räumen. Wer ist das? Ich komme gerade ins Zimmer raus hier? Ey, Bro, der eine ist aggressiv gewesen gerade. Das bin ich, ja, das bin ich. Ja, aber da hat so einen Schlag. Sollen wir Emergency Meeting machen? Ich bin aggressiv. Wo, wo? Ich sag euch so, da war... Wer bist du hier vor mir? Vor Wort, ey, wer bist du? Ich bin doch geschossen. Wer bist du hier? Ich? Wieso? Heb mal deine Hände, Enter. Ja. Jungs, kommt mal alle bitte nach rechts weiter vom Krankenhaus. Untersuchungsräume. Wo ist die nach rechts? Das ist... Wir sind die Untersuchungsräume. Alle zu den Untersuchungsräumen? Ja, 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 ja. Warte, warte, komm mit, komm mit. Hier in die Richtung vom Schüsse gehört und hier kam gerade Enter raus. Passt bitte auf Enter auf. Passt bitte auf Enter auf. Ist halt Stani erwischt. Von Stani hört man nichts mehr. Stani faked er immer. Aber ich hab Schüsse gehört. Hier liegt er. Ich hab Stani, ich hab Stani, ich hab Stani. Da ist er. Da ist der Mörder. Nimm das. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der Messer, der antagt hier. Enter, was tust? Ja. Ja. Ich hab den Mörder nie da gesch... Enter, warum hast du den Mörder überhaupt? Bro, das hab ich wieder gesagt. Ey, Stani, hä? Stani hat echt immer recht, Alter. Stani, weißt du sowas? Bro, man hört's an der Stimme. Wenn niemand lügt. Bro, das gibt's gar nicht. Also ich harte das leider nicht raus. Ich wünschte, ich hätte auch dieses Talent, aber... Oh mein Gott. Ja, Stani, man ist echt so... Dings, so... Lügen-Detektor. Ja, ja, ja. Stani ist Lügen-Detektor. Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Man hört es sich immer, aber besonders, wenn Leute so ein nicht lange Mörder waren und denn wieder Mörder ist, dann hört man's. Okay, Jungs, ich würd sagen... Dann einmal mischen. Lass uns mal Eila mal ganz gut verteilen hier. Ja, bab, 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 bab. Der eine, der stehen bleibt, bitte auch. Sag, 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 sag. Der eine, der stehen bleibt, bitte auch. Der da, ja. Der ist Hände, Bro. Der eine, der stehen bleibt, bitte auch. So, wir teilen uns ein bisschen hier. Jungs, so, vergesst nicht euer Leben, äh. Ja, 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 ja. Okay, ich würd sagen, alle mal bitte in eine Reihe aufstellen. Der, der drin ist, kann... Oh, ja, gut, der drin ist, ist dann die Eins. Der ist die Nummer Eins. Ja, gut. Dann lassen wir das mal ganz kurz so. So, okay, haben jetzt alle eine Reihe geschafft. Wir haben alle eine Reihe geschafft. Und ich würd sagen, Leute, jetzt wird es wieder Zeit. Dann dreh das Rad, mein Lieber. Ich dreh das Rad. Und der Mörder ist? Komm, bitte Nummer vier. Die Nummer sechs. Ja. Okay, wer ist das? Max, rede mal ein bisschen. Wer ist hier bei mir in der Lobby? Okay, okay, das ist krass. Ich hab die ganze Zeit richtig an Stannis Fähigkeiten beliebt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Verdächtig. Wer ist denn hier bei mir in der Lobby vorne? Ein bisschen zu viele Fragen, Max, ne? Das ist Ente, glaub ich. Ich bin's. Ja, wenn ich denn die Hände die ganze Zeit vor mir, du bist das. Guck mal, das sind Fische im Aquarium. Wo? Die sind der Mörder. Weil ich Fische mehr mag als Enten. Ey. Ey, wer trägt hier jemanden? Ruzik trägt hier jemanden wieder weg. Max, trägt mich, Max, trägt mich. Nein, Max, war du sicher? Die Ente weg. Aha. Aha. Ey, es gibt eine... Sehr, sehr schade. Guck mal, das Ding ist. Hallo? Stannis Fähigkeiten ist krass, ne? Aber wenn die Fähigkeit nachlässt, dann ist er der Mörder. Warte, aber warum ist Amir so ruhig, ruhig, Bro? Ich bin ganz ruhig gerade. Vielleicht benutzt Stannis jetzt auch seine Fähigkeiten, um uns zu verwirren. Ja, aber... Ja, weil... Warum redet Stannis nicht mehr? Wer ist mit mir zu dem Zipper? Ich weiß es nicht. Jungs, lass mal kurz alle treffen. Äh. Hä? Oh, 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 hier ist jemand down! Bitte! Wo, 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 wo? Sag, wo, MBK! Oh mein Gott, Schüsse, Schüsse, Schüsse. Das war's, das war's, das war's. Wieder... Es ist so Stannis, Bro. Es ist so Stannis. Es ist so Stannis. Seid ihr alle tot, Leute? Stannis? Stannis war nicht so gemein, Bro. Warum redet niemand? Warum redet niemand? I cry, Max. Amir? Es ist vollbracht. Nein. Wir haben alle geschnappt. Nur du fehlst noch. Amir, du Ekliger. Bist du bereit für ein Box-Duell? Ich gebe dir die Chance. Ich glaube, eine andere Wahl habe ich ja nicht. Wir treffen uns in der Main Hall. Nur Fäuste. Ja, aber warte, nee, nee, nee. Warte, Schlin, ab letztem Mal hast du Ente richtig eklig erschossen, als du gesagt hast mit Box-Duell. Ja, Ente. Du machst den Eklingen. Ich kann mir nicht verfallen, leider. Ich mache wirklich Faustkampf. Okay, sonst darf ich dir nie wieder. Trink erst mal eine Powerbagger Limo. Okay. Komm, ich gebe dir die Chance. Let's go, Max. Warte, 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 warte. Hey, hey, zähl runter, zähl runter. Drei, zwei, eins. Let's go! Oh mein Gott. Oh nein! Alter, Armi war's. Das war doch klar. Ich hätte Armi irgendwie gar nicht erwartet. Ich dachte, Stanni, wenn er mich direkt verdächtigt hat. Ja gut, Leute, komm, ich hab was fair gemacht. Es war ja fair, so Boxkampf. Aber, äh... Auf Correctness. Ich hatte so Glück, dass ich da in die Tür reingelaufen bin, als da jemand abgestochen hat, ne? Ja, das ist aber halt, weil Ente, während ich ihn abgestochen habe, der hat gesagt. Na gut, nicht schlimm. Verteilt euch meine Freunde. Es ist dir Zeit für neun Mörder. So, ich bin, ich bin zwei, drei, 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 zwei. Ich bin zwei, ich bin zwei. Und ich bin auch zwei. Da fehlt noch einer. Er kommt doch grad vom Dach runter. Okay, Jungs, seid ihr ready für den nächsten Mörder? Ich wünsche ihm sehr viel Spaß. Und zwar ist es die Nummer... Fünf. Okay, warte mal. Hier ist sehr viel Blut bei Miri. Hä? Hier hat er hinter dem Ding versteckt. Patient Nummer vier. Hallo, hallo, hier siehst du mich? Da drin hat jemand versteckt. Wo? Hier, hier, da kommt der raus. Wer ist das? Wer ist das? Hallo? Das finde ich. Ah, MBK wollte ich verstecken. Ja, vielleicht ein Sneaky-Peaky-Basis gucken auf jemanden. Wenn sich jemand trauert, er geht mit mir jetzt aufs Klo. Okay, ich komm. Ich komm. Ich komm. Stani, warum sprichst du gerade in deiner normalen Sprache? So, ja. Oh, MBK beleidigt wieder. Ich verfolge jemanden Westen. Hallo, Jungs, geht raus hier! Äh. Hey! Okay, Jungs, ich weiß das. Ich weiß, wer der Mörder ist. Ich weiß, wer der Mörder ist. Ich sag MBK. Ich geb noch nicht meine Prediction ab. Guck mal, Stani, ich sag keine... Ich sag, es ist MBK. Ja, Bro, ich sag, ich bin im Ente. Wer rennt denn gerade in der Lobby rum? Ich. Achso, ich dachte, ich bin im Ente, lol. Aha. Stani, was sag mal an deinen Prediction? Lass uns doch mal an deinen Gedanken teilhaben. Nee, 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 nee. Ich bin erst mal still. Okay, okay, Jungs, wartet, wartet, wartet. Ich rufe... Wenn du sie mitnehmen! Warum? Okay. Okay. Warum? Warum? Okay, das passt. Wo ist Ente? Wo ist Ente? Ich bin hier! Wo ist hier? Wo ist MBK? Russik? Russik? Hier! Ich bin hier. Zwei? Äh, okay, jetzt sind alle da. Gut. Sechs sind alle da. Jungs, ich sag's euch, ich weiß, wer der Mörder ist. Wer? Ich bin in den Raum reingegangen, weil ich nicht, dass sich jemand da versteckt hat. Jemand wartet auf einen Raum, dass jemand alleine reingeht, dass er ihn dort killen konnte. Und zwar kein anderer als MBK! Ich war in dem Raum, war mit, war mit Q am MRT-Gerät, um mich zu verstecken, weil ich zwei Leute gehört hab. Und ich wollte aber gucken, wie jemand jemanden kürtet und jemanden aufsteckt. Jungs, der Mörder ist unter uns. Okay, Stani, du hast eine Prediction. Nee, ich kann doch nicht sagen, ich kann doch nicht sagen. Stani kann doch nicht sagen, Jungs, der kann es auch nicht. Das ist jetzt nur Amir, der MBK-Verdächtig. Aber ja, auch so ein Sasser Emergency Meeting so. Könnte auch ein... Ja, könnte so ein Sasser sein, aber ich hätte auch genauso gut... Ich habe auch genauso gut einfach... Weil der erste tot ist, werde ich meine Prediction sagen. Aber ich hätte ja genauso gut einfach nicht sagen können, dass MBK sich einfach den nach hinten killen können. Mit Messern, das hast du ja gesagt. Nein, Max war doch mit in der Tür. Nein, ich war alleine, ich habe Max dazugeholt. Ich war vor der Tür, ich war vor der Tür. Ich bin eben der, ich bin der, ich bin in der. Oh Gott. Also wenn ich gleich tot bin, würde ich es beziehen. Hier ist Blue... Nee, aber hier ist keinerlei... Hä? Das kann von der vorigen Runde sein. Bitte, wer ist das hier? Ich bin der. Bitte, guck mal die Hose, ich dachte, ich war das dauernd, ne? Ja, ich dachte aber auch gerade. Das ist der Killer-Raum hier. Bitch, the killer room, killer room, killer room. Okay, ist es passiert? Ist schon was passiert? Nee, ist noch nichts. Und ich sage, es ist MBK. Ja, oder Stani, Stani macht auch so komische Moves eben hier. Nee, nee, nee. Ja, eigentlich ist er, ist er immer schneller. Oh, ich beobachte. Ja, kann echt sein, dass er doch vielleicht Stani, aber... Guck mal, das Problem bei Stani ist, es ist nur jetzt so eine minimale Vermutung. Und bei MBK habe ich leider was gesehen, was selbst hast war. Und er verteidigt sich auch nicht wirklich stark dagegen, weißt du? So mäßig, ach komm, lass ihn einfach nur reden. MBK, wo wusstest du denn gerade? Ich bin immer noch da, wo ich mit Max war. Wo war das, Max? Ey, jemand hat jemand noch... Bro, wenn man wieder den Eil verstanden, haut um sich rum. Jungs, bitte, ich schwöre, das macht keinen Sinn. Wer haut um sich rum? Ja, Bro, du musst wegkommen, vielleicht ist das ein Mörder, vielleicht ist das ein Mörder. Wer ist das? Das will ich, ich habe doch nur die Tiere auf und so. Guck mal, wie cool das aussieht. Okay, du hast gerade einfach nur wild um dich herum gehauen, ne? Hat der Mörder überhaupt gecheckt, dass er der Mörder ist? Ey, gute Frage. Ente! Ich habe alles gecheckt! Ente, ja, Ente, also... Ich bin im Krankenhaus, mich behandeln zu lassen! Ente gut, alles gut. Ente, du musst jetzt hier mal jemanden abschneiden. Ey, hier sind zu viele blutige Fluchtbundes. Wer ist hier drinnen? Es ist... Ja, ich bin im Krankenhaus. Bro, man weiß nie, wo du sagst, wenn du... Wo seid ihr gerade alle? Wo seid ihr gerade alle? Ich gehe gerade zum Mainhal. Ich bin Mainhal, Mainhal jetzt. Ich bin jetzt auch Mainhal. Oh, jetzt sind alle Mainhal. Und da hat ein Blut am Kittel bei mir! Wer? Der, der, der da steht! Der Mörder ist! Okay, jetzt bin ich entspannt. Was sagt Stanni? MBK! Ey, rustig! Warte, ich wollte kurz Armin raus. Der Mörder ist irgendwie gay. Also, ich würde sogar sagen, dass es rustig ist, weil er die ganze Zeit irgendwas macht. Also, warum? Jungs, ich fahr ein bisschen mit dem Rollstuhl. Ja, aber rustig ist am Choken so. Armin, wo bist du? Ja, aber um sich herumhauen. Hä? Ja, was ist das denn? Ihr habt dich gebarft! Ich kann nur noch mit dem Rollstuhl fallen. Was? Ja, okay. Ey, Jungs und Jungs. So werden wir nie rausfinden, wer der Mörder ist. Die Fischer haben mir gesagt, dass Armin der Mörder ist. Ich weiß ganz genau, wer der Mörder ist. Ja, wer denn? Sag nur. Rosa könnte halt echt der Mörder sein, wenn der da rumschlägt. Ja, vielleicht will ich... Oder wir würden wahrscheinlich reingechockt haben, Bro. Ja, oder lenkt ein bisschen ab. Äh, mich haut jemand! Mich haut jemand! Ja, MBK ist der Mörder! MBK ist der Mörder! Sag nicht! Nen ist da, hier ist ab! MBK ist der Mörder! MBK ist der Mörder! MBK ist der Mörder! MBK redet auch nicht! MBK redet auch nicht! Ich sehe dich selbst! Was ist das? Nein, ey, keiner ist Lobby! Keiner ist Lobby! Ich bin grad Lobby! Keiner ist Lobby! Keiner ist Lobby! Der Mörder ist tot, der Mörder ist tot. Wurde der Mörder erwischt? Ja, Jungs, ich war's! Hab ich doch gesagt! Hab ich doch gesagt! Aber, ja, ich kann dazu nichts sagen! Ja, Bro, soll ich zwei Leute gleichzeitig abschlechen, oder was? Hab ich gemacht! Boah, ich wusste, dass AndyK wieder durch deine Stimme, die hat dich verraten! Ey, du hab gar nicht geredet! Okay, Jungs! Ich hab gar nicht geredet! Ja, ne, weil du zu wenig geredet hast, fand ich dich auch sass! Und du hast zu wenig gegenargumentiert! Das war für mich auch sass! Ich wusste direkt! Ja, aber ich suche mir jetzt auch kurz einen Partner, hebt mal jemand die Hand durch, dann laufen wir nur zusammen rum, Jungs! Ey, ich bin eins noch im Gelauf! Bro, ich hab gehört, dass du mich gleich hast! Jungs, weiter verteilen, weiter verteilen! Jungs, neue Runde, neues Glück! Okay, alle verteilen! Alle verteilen! Alle bitte verteilen! Ende! Ich verteile mich doch! So, verteilen, verteilen, verteilen! So, jetzt macht euch mal bitte hier, stellt euch alle eine Reihe auf! Und dann wird das Glücksrad wieder neu gedreht, meine Freunde! Okay, wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran! Und es ist die Nummer... Eins! Die Nummer eins ist heute! Und jetzt bitte einmal verteilen! Ja! Ja! Ich glaube, es war ein Self-Mörder-Ding, ne? Ich glaube, Amir hat sich gerade selber gewählt, einfach! Oh nein, ich verstecke mich jetzt mal mehr drin! Stimmt, er hat echt ein bisschen Zeit gebraucht! Wer macht so, es ist die... Oh, eins! Ja! Warte mal, das Ding ist, wenn man die Reihe gut beobachtet hat, hat sich noch einer vor die eins durchgeschmuggelt, weil da stand einer an der Tür oder hat sich so einer so... Okay, okay! Jungs, Jungs, Jungs! Würde Sinn ergeben, das Ding ist, ist es halt zwischen eins und sechs super knapp gewesen, ich habe erst gesagt, es wird die sechs werden! Ja! 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 Ganz kurz, oder? Hey! 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 Hör mir zu, hör mir zu! Hör mir zu, hör mir zu! Wo denn? Wo denn? Ho denn? Direkt am Eingang einfach? Was? Wie? Ich schau alles nicht! Ente? Heute? Hier! Hier! es waren drei leute hier und zwei nebeneinander so schnell jemand gestorben ich weiß ja so spiel das ist eine person als russack hallo jungs mit dem rota vom rollstuhl so macht er die kills ich glaube ich kann es auch kein runterhauen ja es ist rustig ja 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 Wie viel Leben hat der? Bro, ich hab mich achtmal geschlagen! Wir haben uns wieder beliebt, wie viel Leben hat der Staddy gehabt? Ja, Staddy, du hast... Ja, ich glaube, sind alle tot. Digga, er hat sich selbstverdächtigt und er war es auch einfach selber, Digga. Hä, wie hast du die erste Kay gemacht? Bro, direkt zum Anfang. Digga, Jungs, also wirklich, keiner hat es mitbekommen. Ihr seid alle blind, ihr seid alle blind. Das ist ja ein Plan. Das passiert. Jungs, alle mal Hälfte Leben machen. Alle Hälfte Leben machen, bitte. Ja, Hälfte Leben. Boah, aber ich hab gar keinen Scham bekommen, wo ihr mich geschlagen habt. Das ist okay, Leute, wir kommen jetzt zur finalen Runde. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja! Let's go! Dann würde ich sagen, wir sind jetzt alle gut verteilt. Stellt euch auf. Übrigens, danke fürs Zassen am Anfang, obwohl es nicht war. Habt ihr es gemerkt? Ja, Bro! Habt ihr es gemerkt, dass ich es gar nicht war? So, ich bin die fünf. Bitte fünf, bitte fünf. Bitte eins. Das ist die Eins. Das ist die Eins. Das ist Armin. Das ist Armin. Mach nochmal. Das war mal hintereinander Eins. Okay, let's go. Das ist Armin. 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 Das ist Armin, Bro. Das ist Armin. Das ist Armin, Bro. Also, der ist ein deutscher Troller. Wirklich. Wer steht hier in der Main Hall vom Eingang hier? Das ist Armin, Bro. Den hau ich direkt. Es hat jemand direkt geschossen. Ja, Max. Max ist jetzt auch gestorben, Bro. Max ist auch tot. Hallo? Also, ich hab hier ein Alibi. Ich hab hier ein Alibi. Nein, es wurde echt geschossen. Bro, Jungs, lass mal was gucken. Komm, Mall. Emergency Meeting 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 Mall. Aha, wer ist das hier? Aber das muss nah gewesen sein beim... Emergency! Emergency! Ich werde jetzt wieder! Bro. Es ist weg, Bro. Es ist weg, Bro. Es ist weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Hier ist er doch! Das ist der Mörder! Das ist der Mörder hier! Ich bin hier! Ich fisch gerade! Ich hab den Mörder! Hey, was schlägt du mit, Bro? Das ist der Mörder! Ich glaub, das ist er. Bro, hallo! Ja, okay. Kill mich, kill mich, kill mich. Ich bin hier! Ich bin Stani, ich bin hier! Kill mich! Wo bist du gerade gewesen, Stani, die ganze Zeit? Bro, ich war die ganze Zeit hier vorne im Flurbro! Okay, es ist Rustic dahinten, es ist Rustic. Nein, nein, ich bin es nicht. Wer ist Rustic von euch? Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Hey, es ist Stani. Ja, super! Rustic hat Ente, stark! Ich bin weg, ich bin weg, Bro. Es ist Stani! Ich bin Rustic hinterher gelaufen! Es ist Rustic! Ich bin Rustic und... Oh, ich mich... Es war so klar. Digga, was machte! Wer war's denn jetzt? Stani? Stani natürlich! Ach, Digga, wirklich Stani! Wir dürfen nicht mehr auf diese Calls von Stani. Ja, Digga, das Problem ist er! Er geht immer emotional! Aber! Ich würd sagen! Digi, meine Freundin! Noch eine Stelle! Komm, noch eine Stelle, Leute! Kommt alle am Anfang, komm! Die Jungs haben Bock! Also, wenn jemand COD spielt, alle in einer Minute killt, ist es Stani, richtig? Bro, aber warum renkt MBK? Ich sag, Emergency Meeting, er rennt zu Leiche, Bro! Ja, normal, Bro! Was für Emergency Meeting! Verteilen! Verteilen! Leben, Hälfte, oder? Aber vom Ding, der Emergency Call hätte dich echt gesaved, weil alles wäre Reset, ne? Ja, aber... Wir drehen uns! Wir verteilen uns! Verteilen! 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 Keiner verteilt sich mehr! Gut! 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 Dann drehen wir jetzt meine Freunde! So! Leider ready für die letzte Runde! Na! Und das ist die Nummer 6! Jetzt bin ich selber! Jetzt bin ich selber! Jetzt bin ich selber! Jetzt bin ich selber! Jetzt ist es wirklich! Ja, jetzt ist es wirklich! Klar bin ich selber! Amir, sag mal kurz einmal den Satz, ich bin der Mörder! Ich bin der Mörder! Ja! Ja! Okay, jetzt ist es Leute! Ja, jetzt ist es! Aha! Wer war hier gerade mit mir im Raum? Amir verdächtigen Leute! Das ist... Wer ist das hier? Wer ist das hier? Er redet nicht! Wer bist du? Gerade eben hat der Mörder auch Amir verdächtigt! Wer bist du? Ach Max, wie kommst du denn da rauf? Du! Ja, Stein, ich weiß, dass du treu ist, Bro! Geh mal weg! Okay, wer... Also MBK ist safe, Leute! MBK habe ich herausgehört, dass ich der Mörder! MBK ist safe! Wer war da noch im Raum? Ich! Ja, nein, Russik vertraue ich gar nicht in diesem Spiel! Nee, Russik vertraue ich auch nicht! Aber MBK ist safe, Leute! MBK ist wirklich trust, trust, trust! Warte mal, Russ, ente überhaupt? Ente, Max? Hallo? Ich leb noch! Max? Max? Ich bin das, ich bin das! Max? Max! Ist jemand weggetragen? Ist Max tot? Hallo? Ja, ich hau jetzt Russik um! Jungs! Russik ist es! Es ist Russak, Jungs! Es ist Russak! Es ist Russak, Jungs! Ja, irgendwer hat Max gekillt! Es ist Russak wieder! Leute, irgendwer hat Max gekillt! Ja, und jetzt ist doch das schlimm! Also, trust me, Jungs! Trust me! MBK ist safe! Okay! Emergency Meeting! Emergency Meeting! Und Stan ist safe! Emergency Meeting! Emergency Meeting! Aber warum Emergency Meeting? Würdest du gerade die Leiche vertuschen, Armin? Ich würd mal gern, dass wir mal anfangen, die Leiche zu suchen, Alter! Wer chillt hier in der Ecke? Wer bist du? Ich hab einen gefunden, der nicht redet und versteckt sich! Bro, ich wünsche alles gut! Hey! Entschuldigung! Ey! Entschuldigung! Bro, Max! Ich wollte nur gucken, wie er reagiert! Aber warte mal! Max hätte mich töten können! Ich hab ihn jetzt beim ersten Mal in den Raum... Ich bin in den Lobby! Entschuldigung! 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 Nein! Ich lebe doch! Entschuldigung! Guckt ihn euch an! Trust me, 1! Trust me, 1! Es ist nicht MBK! Ach! Du musst mir einen Kuss geben! Dann lebe ich wieder! Was macht ihr denn da jetzt? Keine Ahnung, was wir da machen! Kommt mal kurz, Lommi! Ich sag euch, wer safe ist! Also, safe ist MBK, I Cry Max und Max! Stanni! 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 Stanni, warum... Aber wer hat deine Waffe? Wer hat eine Waffe gehabt?! 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 Näm, du! Russack, Alter! Ja, es ist Russ... Ey, ich wollte für Russick raus! Ich wollte für Russick raus! Dann ist ein Chaos! Ich bin zwar komisch, dann warum selbst du mich? Ich bin raus, Junks! Nein, nein! Nein, nein, ich trust, ich hab, Bro, Psychologie, ich hab rausgehört aus eurer Stimme, dass ihr es nicht seid. Ey, Russik hat grad auf drei Leute eingehauen, ne? Ja, wir haben ein Sturmgewehr gehabt. Einer hätte nur Lowlife sein müssen. Alter, was soll das? Ja, ich werde auch fehler finden. Russik, bleib stehen. Ja, Russik, komm her. Aua, ich bin getötet vom Mörder. Ey, was haut ihr mich? Wer bist du, Alter? Okay, stopp, stopp, Russik ist besser drauf. Wer ist das? Irgendjemand haut irgendjemand noch. Bro, mich und einfach gehauen. Ja, toll, der Mörder ist noch hier. Gut, dann es können nur noch zwei Leute sein, Ente oder Amir. Alter, Stanni ist Wenzel. Doch, es sind Ente oder Amir. Bro, dass ich auch gar nicht gejuckt habe, dass ich auch gar nicht gehört habe, dass Max tot ist und du die Leiche mal suchen wolltest. Es ist... Aber Max hätte mit Kinken, ne? Max, lebt doch doch. Ja, aber Stanni. Bro, es ist Amir oder Ente und ich denke, dass es Amir ist. Ja, ja. Digga, Leute, ey, wirklich. Oh, Leute, ich hab einen Raketenwerfer gefunden, Alter. Amir! Wer will Amir kicken? Ente! Warum denkst du ganze Zeit, äh, ich wärs oder so? Ich weiß nicht. Amir, wo bist du? Wir müssen uns aber auch mal verteidigen. Ich hör Schüsse, Schüsse, Schüsse! Max, Max! Was, was, was? Du bist nicht der Mörder, oder? Bitte, Max, bitte! Nein, ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Klicke, es sind meine Nähe! Max, bitte, bitte, sei es nicht! Wo bist du denn, Ente? Ich sag dir nicht, wo ich bin, du bist der Mörder! Bro, ich bin nicht der Mörder! Du bist der Mörder! Digga, ich check hier grad gar nicht, was abgeht. Ich weiß gar nicht mal, wo ihr alle seid. MBK! Study! Ente! Max! Nein, bitte, Max! Bitte, Max! Ich bin es nicht! Schieb das, Mann! Ah! Super, toll! Lass mich raten, Amir, du bist meine Hälfte! Natürlich, Max! Danke, dass ihr die Russe gekillt habt übrigens, ne? Also, es war echt schwierig, muss ich aber sagen, war echt schwierig, weil ich dann die ganze Zeit nur mit Leuten rumlaufen kann. Ja, das war sehr, sehr schwierig. Äh, war ekelhaft, aber... Was soll man machen? Ja, gut, Max! Du bist halt in irgendeinem Raum versteckt, ne? Ja, ich bin versteckt, Bro! Oh Gott, ich hör da Schüsse! Ne, hörst du nicht! Oh Gott! Ja, Max, ich muss dich halt langsam absuchen, ne? Was soll ich machen? Ja, such doch mal langsam ab hier! Such doch mal langsam ab hier, die Räume! Ha, 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 ha! Maximilien Pegasus! Ich wirst du niemals finden! Ich werde hier lebend rauskommen! Ja, das ist halt wirklich so, einer von uns wird drauf gehen müssen, ne? Ja! Du kannst ja wieder ein 1 gegen 1 zustimmen! Sagst du 1 gegen 1 heute? Ja! Ich muss grad nur testen, ob der noch am Leben war oder nicht! 1 gegen 1! Ja, okay, komm, 1 gegen 1! Komm, bevor wir uns hier acht Jahre lang gegenseitig suchen, Max, würde ich sagen, es ist Zeit für 1 gegen 1! Wir können es auch hier absuchen, mir ist das egal! Ja, absuchen dauert zu lang! Komm, war ne geile Runde! Lobby 1 gegen 1! Lobby 1 gegen 1! Okay, warte, ich geh auf die andere Seite! Oh, du gehst auf die andere Seite! Ja! Okay! Bist du ready? I'm here! Ich bin ready! 3, 2, 1! Es tut mir leid! Ja! Ja! Warte mal, da haben mich jetzt alle gekillt oder lebt noch einer? Ey! Ich hab alle, glaube ich! Wieso würde ich einfach verprügeln? Keine Ahnung! Dass du dich nicht schämst! Ja, aber da hat Rustig selber Schuld, also wenn man so viel irgendwann träumt, das ist doch normal! Nein, ey, ganz kurz! Ich hab in die Menge reingeschlackt, nicht Rustig! Nein, 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 wir haben ihn ja nicht deswegen! Ja, er hat die ganze Zeit reingetragen! Ja, er hat die ganze Zeit reingetragen! Ja, nein! Ja, nein! Ey Jungs! Ist nicht schlimm! Lasst ein Like und ein Abo da! Checkt die Jungs auf die Videobeschreibung! Bis zum nächsten Mal! Euer Abi! Tschüss!